Menschen, die sie mag. Ich hab gesagt, er ist tot, was sie mit einem Stock anpiksen. Noch schon. Kann ich mal eine Entschuldigung aufholen. Noo! Level 4 in 18 hat noch die ACC-Schulern an. Wird alles noch abziehen. Gibt ja keinen Bonus mehr. Was machen wir jetzt? Damage. Ich merke, ob ich schnell runterflitze, um mir was zu essen. Aber keine Ente. Nein. Ente, 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 Ente. Ente, Ente, Ente. Wo ist denn der Böse? Oh, das ist ein Böse. Aber dann möchte ich mich ja anziehen und Geld holen. Ja, nein, aber ich hab immer noch meinen Schlaf gekauft. Haha, es ist Viertel nach zwei. Ja, hallo, wer musste dich wecken? Ha, ha, ha. Ja. Genau, chill nicht. Ich bin schön. Ja, ich bin... Boi. Nicht. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Gut. Dein Eilevel ist jetzt klinger als vor allem. Ja, ist voll merkwürdig. Was? Rambod, was ist ein Ei? Dein Item Level. Ein Eilevel. Was für ein Level haben deine... Oh nein, frag ich jetzt nicht. Haha, level 99. Auf dann. Und was jetzt? Oh Gott, glaube ich nicht langsam. Erst nachdenken nicht an wem. Hauptgeber. Kanonenpulver, sag mal. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Kanonenbode, Attacke! ECC. Wie ist das eigentlich auf der Hohen Seite? Ich hab noch nie bei der Hohen den CC gemacht. Eigentlich ganz genauso. Werfen die da mit den Äxten? Oder wie macht man dann da Damage? Na, da sitzt man auch in der Kanone. Oh, wie boring. Nur unsere... Die Hohenkanone sieht viel geiler aus. Quatsch. Allein unsere, ey. Voll der Oberpro-Ali. Die, sagt unsere. Krambacht, hallo. Ist du im Haus? Oh, waaah! Voll unfreundlich. Der ist unfreundlich. Der ist auch ein Zwerg. Stimmt. Der ist dauerbesoffen. Ja. So, so, so. Dauerhacke. Hacke. Oh, 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 oh. Ah, Kanone. Ah, Rammab! Halbster! Was? Schopper fahren. Mino will der mich nicht hochschießen. Nein, 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 der Schopper rostet. Ein Schöne ist richtig am Strat. Hi, ja, in der Schopper. Farsi, Farsi, Gürt, Gürt. Na, der Frauen sind super zu mir ganz. Farsi, Farsi. aking. Da geht's dos. Oh nein, er will uns abschießen. Spring! Oh nein. Oh nein, er will mich abschießen. Oh nein. Ich pivers jetzt nur drunter, du mir was zu essen. Keine Ent pricedäte. Krambat, hast du ne Rakete? Nee. Ach du Scheiße. Ich hab sie kack geputtet. Sprecht mit Dings. Ja. Ich find's schön, dass sie die Burgen genau wie in Wartelkar gelassen haben. Das find ich richtig geil, weil mir dieser Burgenstil voll gefällt. Und hier ist Kudran, der Wildhammer. Wildhammer. Es gibt voll viele Zwerge. Krambat, was bist du für ein Zwerg? Ein Harrier. Äh. Ach so. Wusstest du, das ist doch gleich. Ein Harrier-Zwerch. Dann. Oh nein, Nagas. Nix los, Ananas. Hallo, Gildel. Gildel, Gildel. T-Kon, komm mal, bitte. T-S runter. Wieso gehst du auf? Wieso gehst du auf? Ach so, ach so, ach so. Ja, ich bin ganz oben. Ich hab mir ne Quest, aber die ist ganz da auf. Wir müssen uns festhangen, weil da kommt gleich so ne Hexe und dir dürfen wir nicht umdaufen. Äh, hier bin ich, hier bin müde. Ja. Da, die ist voll so hübsch, denken die, die so, oh ja, verdammene Schönheit. Oh ja. Aber ist fein. Sie ist wunderschön. Wie ein Engel. Hört nicht auf ihre Stimme. Oh, sie ist so toll. und jetzt fail jetzt ist ja ich nehme gerade auf treu 1 um hat ein anderes Mikro wieder das meint ist so gut wie spiel ich täuschungsschirke und packen Prozent wohl inhalt ja dann machte Konzentration Schatten schritt und bestehend hinterhalt weg okay also ich habe mich noch machst du den Stun halten dann wird es sein aber ich kriege nicht viel Schaden rein ja du musst halt immer Gesundung am Ding halten ne das war so beim Leveln ah das ist der Trick ah also jetzt habe ich auch 100 KTL viel bei Arena ich habe übrigens gestern ein 217 KTL gemacht mit meinem Forage okay aber mit Buffs und so mit Buffs mit alles und ich habe noch ein neues Trinket was 2000 Stärke gibt und dann BÄÄÄÄÄÄÄÄÄM erhöht die Stärke am Zukunft lang um 2029 Sonntag LTF überlegt ähm wenn Viro nicht mit kann dass nicht doch noch ein dritter Hunter mitkommt vielleicht oh Mann ey was sind Scheiß dann geh ich mit meinem Schurken mit ja wenn er nicht mitkommt und mit deinem Schurken sollst du nicht mit sagt er dann geh ich gar nicht mit was will ich denn da kriege ja gar nichts oh nein ja Viro kommt doch bestimmt sowieso mit ne 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 nein Kopf fehlt noch Trinket fehlt noch ja dann kannst du auch mit der Hand damit ich bin außer ja super schimmelt irgen grad um mir fehlen noch 50 Siege dann hab ich 300 also Arena Dinger müssen wir wieder machen ein paar Tage paar Dinger ja ich hab noch keine Punkte voll ach so ja machen wir nachher ich wollte heute CISO durchballern und danach aufnehmen ach so ich nehm grad auf nein ich wollte heute CISO 85 ja und dann mal gucken vielleicht kommt auch PSA mit was ja keine Ahnung ich kann dir die Brust machen wenn du willst kein Geld kann ich dir so machen ja ich hab endlich Chaos Google ja muss ich mal gucken das doof ist dass die eher handelbar werden dann musst du ja mit gar kein Geld mehr ist voll doof ja aber dann ist es auch schon wieder gut für die anderen die sich das nicht leisten können ja dann werden wieder die Loops bevor zu öffnen für'n Scheiß mhm erst SL dann ich muss jetzt zur Arbeit viel Spaß ich Bong viel Spaß Viel Spaß viel Glück Ciao Ciao. Oh nein, wir haben Samstag-Rate-Tit. Kannst du Samstag nicht? Nö. Ooooooh. User left your channel. Backschmuss. Nein, Raten-Bee-Gees. Scheiße, dann krieg ich keinen Titel. Ja, wenn ihr wartet irgendwie noch ein paar Stunden, dann... Ne, glaub ich nicht. Ja, aber wenn einer ausfällt, dann bin ich da dran. Ne, glaub ich nicht. Ach. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, du kannst nicht. Ja, aber ich bin besser um halb fünf da oder so. Nicht genau um vier. Warte, mach ich nicht. Acht auf. Machen. Ne, ich hab tödliche Dynamik nicht mitgeskillt. Oh. Ja, reg mich grad voll auf. Habe ich auch nicht, aber Eure. Ja, aber es ist ganz geil, weil du tötest ja ständig Gegner und dann hast du... ... äh, Gesundung und Zerhexeln wieder volle Power, ey. Musst du ihn nicht ständig erneuern. Ja, du kannst ja mitskillen, dass es, äh, 41 Sekunden hält. Ja, mit fünf Probe. Klar, agglüfen oder so. Ja, agglüfen. Fuzzle, fuzzle, cut, cut. Wie viel Prozent brauchst du noch? Fünfundsiebzig. Uah. Oh, Mann. Was war das? Äh, ist ja auch gegangen. Das dauert noch lange. Yep. Aber ich versuch's heute durchzumachen. Aber ich versuch's heute durchzumachen. Ja klar, heute schaust du's noch. Aber erst abends so. Oder ist ja eigentlich PSA heute Abend, deswegen überleg ich... Hä? 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 Seit wann? Äh? Seit abends, ja? Dann geh ich mit meinem Schurken mit. Sagt wer. Sagt ich. Okay. Ich brauch noch ein Trinket von der, äh... Oh, ich hab gar keinen Bock left zu tanken, ich hasse die Ads. Ah, Nets, genau. Ich hasse die Ads, die Ads. Weil ich brauch Tempo, Nerto. Ja, wenn ich mit dem Hunter mitkommen würde, hätt ich die Ads, äh, kited. Dann noch das erste Mal. Ja, natürlich das erste Mal. Das erste Mal wird eh gekitet. Du musst doch den Boss tanken, du Pflaume. 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 Oh, neue Armschienen. Bam. Gose. Titten, genau. Titten, genau. Titten, ne? Warum bist du mir eigentlich alleine oben? Ne, weil er ist Noob. Ja, klar. Er hat nicht gelernt. Oder? Stimmt, glaube ich, hast du gelernt? Tja, siehst du? Arena-Kass hat schon gemacht, Biro ist online. Echt? Ja, Saikira ist jetzt online. Shakira. Oh, du hast recht. Juhu seid. Ehe, Liga, Dolf. Ey, ich darf nix. Ich muss nicht auf den Zehner aufstehen. Ich kann mal auf den Zehner aufstehen. Ich kann mal auf den Zehner aufstehen. Als Kampfshow, gell? Ja, klar. Ja, ja. Ich hab jetzt 80% und das ist übelstehend. Okay, wenn ich alles anschmeiße, ich über 200%. Werde ich? Ja. Nein. Nein. Nein, ne, du... Ausgespäht und... Oh, ne. Die Queste ist auch super Scheiße. Das kann ich noch nicht tun. Ich bin gerade die ganze Zeit so zu suchen, vielleicht bin ich ja irgendwie so geil oder so. Wade? Ah, da ist Donald! Ha! Ha! Jan! Boah, scheiß Krankenwagen! Schon wieder? Ja! Das Ding ist, mit Mastery geht's ja hechseln so heftig eigentlich.